Guten Morgen, so fangen wir mal heute an mit Fammeln. Schmeichend. Oh, was ist die Mönchlein? Das war sogar schnell. Untertitelung. BR 2018 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 Was wollte ich da nicht machen? An der Anfang ist ein Stück rote Heels und grüne Paprika. Rote Heels und grüne Paprika. Ich weiß gar nicht. Was? Ich hoffe, ich habe es auch schon am Habe zu pflanzen. Hier ist er. Hier brauchen wir 70 Stunden. Dann hast du das Schwellen. Was ich hoffe. Ich habe das Schwellen. Perfekt. Ich habe das Schwellen. Irgendwur kann ich die grüne Paprika. Ach ja. So. Das schaffen wir, glaube ich, das ist. Einmal hier. Blöde Heim. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, wo ich es glaube. Gut, dann fangen wir an, das ist gar nicht. Oh, was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt aus? Ah, das ist diese. Wir tanken. Oh. So, fangen wir an. Oh, fangen wir an. Es ist jelежig. Ah, es ist jelweb. Es ist so. Das habe ich noch nicht gesehen haben. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Und damit füttert Wenn alles fertig bin, dann kann man die Dingser ja gut gehen. Die Ende. Das ist nun mal. Ruhig. Hier rein. Hier rein. Tierchen. Hier rein. Dann nehme ich auch. Warum? Das wird nicht mehr initiate. Dennoch kann es nicht mehr haben. Er ist dann doch nicht mehr. So. So. Ah, ich würde so rüber spielen, die Tiere für. Was ist das? So, wenn ich die Tiere versuchten müsse, wer wird nach Land sind die last one oder sogar? Erstmal Ich werde weiter machen Ich denke, ich kann nicht abnehmen Ich glaube, sie sind neben den Hühnern, ne? So, ich habe unsere Runde gescharfen mit den Tieren Ja Und dann kommt es Ja 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 Okay. Wo ist ein Eierchen? Und räume ein bisschen auf. Ich bin ein Eierchen. Sooo... Platz zu bezüglich. Ach... Oh, das ist gut. Oh, hier schwörmisch. Das ist ein Lippkappel. das ja aber das alles Platz Ich muss den Korn ausziehen, ich muss den Korn anziehen, ich muss den Korn anziehen. Ich bin in der Reihe. Ach, ich muss den Korn ausziehen. Das war's. Die Knöpfe, alles hier, alles zu mir. Meine Gott, das ist noch Goldnaget hier in diese Bluschen, sehr schön. Die Knöpfe, alles hier. 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 Das ging aber gut zu dir. Mal Blümchen verkaufen bitte. Das ging aber schnell. Die Knöpfe, alles hier. Die Knöpfe, alles hier. Das ist noch alles. Dann noch was hier. So, weiter geht's. So, dann gehen wir mal rüber. Hier hinten müsste ich ja nur noch Blumen haben. Nicht auch hier geerntet werden. So. 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 Das ist ein Blütsch. Das ist ein Blütsch. Ich weiß gar nicht, wo man zu essen kann, aber sie ist ja am Blühen. Ich habe keine Schwierigkeiten. Ich habe keine Schwierigkeiten. Ich kann schon mal hier ein bisschen zu ernten. Das ist ja nicht falsch. Das ist gut zum Pflanzen. Ich kann schon mal ein paar Felder räumen. 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 Ich kann schon mal ein bisschen viel, was wir brauchen. Ich kann schon mal ein paar Felder räumen. 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 Da. Felder räumen. Bei Faltern brauchen. Ich kann schon mal ein paar Felder räumen. Wenn man das ist,achtet wird es sein. Jetzt muss ich das Ende angeln hier. Die roten Hebel sind doch noch dran. Fertig. Jetzt soll die Sekunden warten wir kurz bevor wir wieder weg gehen. Die roten Hebel sind doch noch dran. 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 Boah. Es wird noch mehr Sardinen schnell. Was denn da mit Spätten wäre ne? Sardinen. Was fehlt hier frei? Dann können wir das nicht tun. Was fehlt hier frei? Wir machen das jetzt so. Jetzt habe ich pflanzen und würde kommen. Und dann ist es still. Okay ich habe da noch ein Feld. Okay. Mal wie gesagt. Fertig. Vielleicht abbauen und dann. Die roten Hebel hat ja sowieso. Hey wir sind genau 90 Stück. Weil die Caustik geht. Vielleicht soll ich mal gucken. Einstörne. Ja. Einstörernig. Blöd. Blöd. Da rüber. Muscheln mitten ans Bisch. Auf der Seite erst mal. Was steckt denn mit der Sonne dazu? Das war ja auch schon klar, ne? Was will die Paprika fertig machen? Über die Stecken überreden. Das ist ja fast, aber nöp! Kann ich den Pfarrner machen? So. So, jetzt weiß es, dass sie steckt. Oh, aber der Steck. Hier? Ja. So. 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 2. 2. Was ist hier noch? Bilder. Perfekt. Die auch schonmal fertig. Das ist auch Haus fertig. Ah, ein Löffel. Und hier? Haben wir jetzt alles? Das hätte ich nicht schnaufe angest, oder? Das ist nervig. Mhm, mhm. Ach, wollte ich denn eine rote Leer sagen? Oh. Das gibt alles, was wir sehen können. So, wir haben einen Löffel. So. Wir haben einen Löffel. So. Wir haben einen Löffel. So. 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 Das ist jetzt noch festzuholen kann. Ich habe die Hälfte. Der Wind hat sich immer den Walnuss vorgenommen. Das ist wichtig bei uns am nächsten. Wow. Was ist denn da Level bei der Wind? Die einen Walnuss haben wir nicht vergessen. Folien haben wir noch. So. Auch schon einmal ein Baum. Wenn wir soweit sind. Wenn wir hinten sind, haben wir glaube ich auch ein riesiges Feld hier. Das ist das Feld fertig, ja. Oh Gott. Oh, das Wort jetzt füllt sich noch so. Ja. So schaffen wir alles zu Ende. Ja. Ja. Ich werde das Feld hierher kommen. Okay, ich werde das Feld hier kommen. Ja. 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 Okay. Brauchen wir erstmal. Die Bilder haben wir genug. Oh Gott. Ich komme schon da unten noch ein bisschen zu oben. Ja, geht knapp. Ja. Ja, geht knapp. Oh. Oh. Ich glaube. Ich muss nur verkaufen. Was ist denn hier? Ja, war auch ein wenig. Das stimmt. Ich bin schon. Nein, es stimmt. Ich bin schon. Oh, irgendwas ist das in unser Haus. Fertig. Ich muss mal rein schauen. Was ist denn da unten? Okay, so gucken wir mal lange hier. So. Aber da sind die dann nur mit Genie damit. Oh mein Gott. Achso, was machen denn unsere Kinder? Hühnchen. Da müssen wir mal gucken. Na, da haben wir Hunger. Na, da haben wir Hunger. So, wir füttern. Haben wir den Hohn vergessen? Haben wir echt Eichen vergessen? Nein, das ist Eich. Wie wird sie für Minuten ändern? Das ist ja nicht so mal. Wie ist das? Wie lange nicht? Nicht gießen, er? Wie ist das? Da werden wir einen einfachen Duschen. Nein. Wie lange nicht? 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 Ich bin der Mann, ich bin der Mann, ich bin der Mann. Ich bin der Mann, ich bin der Mann, ich bin der Mann, ich bin der Mann. Ich bin der Mann, ich bin der Mann, ich bin der Mann. Ich bin der Mann, ich bin der Mann, ich bin der Mann. Ich bin der Mann, ich bin der Mann, ich bin der Mann. Das dauert ja noch. Schade. Was ist denn jetzt? Jetzt Auberginen runterhauen. Jetzt haben wir die eigentlich fertig. Das erste große Quest in 800 Auberginen. Das war schon nicht schlecht. Mal gucken, was bei Auberginen so eine große Quest bedeutet. Warte auf diesen Salat hier. Auberginen. Ja, wir haben die Hälfte angeschlagen. Ja, nicht über die Hälfte. Jetzt ist hier noch Hunger. Die Händen haben Hunger. Wieder sowieso. Nix neues. Winter! Jetzt muss ich die Bäume ganz schnell aufernten. Und ich nicht. Wir können mal was neues haben. Jetzt muss ich auch wieder chillen schauen. Jetzt muss ich auch wieder chillen schauen. Machen wir Zeit. Jetzt muss ich nur drauf achten. Jetzt muss ich es so spät machen. Ah! Manne, doch hab ich ja noch. Was? Was? Muss ich noch passen. Oh, das wird geschafft. Ich hab jetzt Angst auch mal ne große Quest zu nehmen. Dann hab ich mir wieder eine. Die Störe sind fertig. Das bedeutet. Wenn nicht, dann sind wir auch dann fertig. Zwei Kessel. Ja. 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 Weg. Weg. Oh. Meine ganz alleine Obergine hier. Guck. Auch mit. So. Jetzt gehen wir schnell angeln. Dann werden wir kaufen was für eine Person gekommen. 310 Gelbe Zucchini. Wow. Die wollen wir jetzt holen. Weil die brauche ich noch nicht mehr. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Achso. Das Gold wollen schon mal. Ich weiß nicht. Die können wir auch noch internen. Das brauche ich unbedingt. Aber wir leveln gleich. Nur so schwer, ey. Ich vermute. Das wird so viel fliegen manchmal. So gut sind. Das wird so gut. Ja. Das wird so gut sein. Ja. 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 Schade, die Rosanamen gelivellt und weinen, die heißen, die Level müssen. Ich weiß nur alles. Ja, ein Level, ey, fett da. Walnussbäume brauchen auch noch ein Level. Jetzt gibt's mehr Walnussbäume. Ist so ärgerlich, ey, immer wenn's um ein Level geht. Oh, und ich. Jetzt hole ich mir noch ganz aus. Da hinten. Da hab ich noch vier Stück oder so in Weisung. Aber das ist gut. Die haben's auch nicht so an. Vielleicht vielleicht. Aber wies. Blöd, dass man die nur im Winter erneut. Äh, machen das die Leute nicht schlecht. Ich hoffe, die hier ist abgeguckt. Genau. Ja, ich kann nur noch ein Problem. Ja, ich weiß nicht, dass das für ein Baum ist. Ja, ich weiß nicht. Das sind ja nicht so. Aber das sind gerade auch nicht mehr. Ich hab's nicht. Leveld. Vier Levels haben wir irgendwie nicht. Oh, wir schauen uns mal drauf. Nein, wir haben das gekriegt, Peganussbaum haben wir bekommen, wow, wir haben es geschafft. Bei den anderen war das dann... Oh, wie mega geile Matikus, was ist das dann hier, Peganussbaum, brauche ich noch zwölf, dann werden wir den letzten Baum freischalten mit 70, oh mein Gott, wir haben einen neuen Baum bekommen, wir haben es echt geschafft, unsere Dosen, nein, 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 wie cool, und den darfst du auch neu unterhalten, was ist das denn, ich habe so eine Schafe, mega, dann bräuchte ich hier hin am besten. Dann sind die Winterbäume so ein bisschen nebeneinander, wenn wir so einen Weg hier erst mal hin. So, dann bin ich hier an die Bäumchenpflanzen, wir haben einen neuen Bäumchen, einen neuen Bäumchen, So, dann haben wir 250, das reicht. So, dann haben wir 250, das reicht. Dann haben wir zu leveln dann. So, dann haben wir zu leveln dann. So, dann hast du wieder. Zum nächsten Winter dauert das eine Schafe. Schade. Oh, unser Tank ist ja gleich leer. So viel haben wir gemacht. Nicht schlecht. Ich kann auch nicht vergessen. So viel Zündchen füttern. So viel Zündchen füttern. Das ist ja wichtig. Und die andere Seite. Und die andere Seite. So viel Zündchen füttern. So ein bisschen in dem. Vorne riesen Quest. Das ist 108. So heftig. Ich brauche eigentlich die Garnickels. So, kurz gucken, ob ich Sardin angeln kann. So lange angeln. Sardinschen, Sardinschen. So, ich brauche, ähm. Ach so scheiße, ich werde jetzt so Knie pflanzen können. Oh verdammt, ich will das noch. Flankenpflanzen. Und ich brauche die Gäste. Ich brauche die Gäste. Ich brauche die Gäste. Ich brauche die Quest. Schaap. Der Piranios. Wird Guchi-Guchi geht nicht. Ich brauche die Gäste. Die Gäste. Wieso ist das ein Anfall, wenn das so ist? So viele. Das reicht doch mal mit Zulatzen, der war immer so hoch. Ja, passt hier nicht, wo hab ich denn noch frei? Ich muss das machen, ich gehe vor, dann bin ich dabei. Die Hälfte pflanzt Das ist ja schon mal so beteilig Das ist ja schon mal so beteilig Das ist ja schon mal ein bisschen homogene So 100 Stück Damit das Hauptfluss landet Das ist ja schon mal so Das ist ja schon mal so Perfekt Das haben wir nix, ne? Das haben wir Das haben wir sowieso Rote Guni... Guni Bärchen Guni Bärchen Aber leider auch noch nicht Ja 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 Ich hab Hunger Schweinchen füttern Ja 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 Das haben wir geschafft Kreislauch Kreislauch Äh, sie werden die Füttern Ich hab so viele Sachen und erst hab ich 20 Gegenstände auf 30 Ja, das läuft mir jetzt nicht so einfach So perfekt Das hält mir Ich will jetzt mal die Artina machen Die sind die Danglebar Die sind auch die Danglebar, ne? Die sind die Danglebar, ne? Oh, wir können auch Gania suchen Ja, das ist schön Ja, das ist schön Das ist schön Sardinchen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020